So meine lieben Leute, ich bin jetzt im Leonardo, im neuen Standort von CH Media. Und ich gebe euch jetzt ein paar kleine Einblicke in die verschiedenen Abteilungen, deswegen folgt mir doch einfach. Jetzt sind wir im Studio von Radio24 und da gibt's am Morgen den besten Musikmix. Guten Morgen miteinander, das ist Radio24 mit dem besten Musikmix. Mia, was macht das Wetter heute? Also im Moment ist Graziba gratus, aber am Nachmittag kurz schiffen. So, dann noch ein Verkehrs-Update, wie sieht's aus? So, natürlich im Gubrisch-Stau wie immer. Ich wünsche den Leuten, die im Stau stehen, ganz viel Spass beim Warten. So, jetzt bin ich in der Social-Media-Abteilung und jetzt noch ein paar Fragen an unseren neuen Kandidaten stellen. Ich bin gespannt. Versehen wir doch mal, was dein Talent ist. Kannst du bitte, Micha, in der Kamera schauen? Kannst du mir sagen, wieso du die letzte Rose bekommst? Jetzt bin ich in der Produktionabteilung und eine dieser Aufgaben ist, eine Masserabnahme zu machen von meiner Sendung. Um zu schauen, ob alles gut ist, schaut doch mal schnell mit mir mit. Und hier kommt eine weitere emotional und finanziell komplett unabhängige Frau. And she needs no introduction. Oder Mia? Ich bin jetzt in der Casting-Abteilung, by the way, eine der wichtigsten Abteilungen, weil da habe auch ich angefangen. Und ich bekomme jetzt gerade einen Anruf, und das ist sehr wichtig. Casting-Abteilung 3 plus Mia. Hoi, 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 liebes. Wie geht's? Ja, kannst du mir noch mal dein Insta durchgeben? Okay. Ja gut, ähm, dann stehe ich mal mit meinen Fragen. Wieso solltest du die neue Bachelorette werden? Ja, okay, so bin ich wahrscheinlich. So, jetzt bin ich in der Abteilung vom Sponsoring und ich habe jetzt gerade ein kleines Telefonat, das ich machen muss. Mhm. Ja. Nein, das freut mich sehr, dass Sie zufrieden sind mit den Clip-Ins. Nächste Woche werden noch Abnahmen gemacht. So, jetzt bin ich in der HR-Abteilung und jetzt schaue ich mir ein paar Bewerbungen an. Wir brauchen ein paar neue Leute. Mal schauen, wer passt. Oh, okay. Er ist hart, hart, hart. Den wollte ich mich stellen lassen. Und wenn er beim Arbeiten nicht gut ist, dann einfach privat. So, jetzt sind wir in der PR-Abteilung und ich muss ein bisschen Fragen vorbereiten für die Presse. Ich hatte schon mal ein Dreier. Was ist dein Lieblings-Style für den Körper? Was ist die lustigste Sexgeschichte? Das sind interessante Fragen, würde ich mal sagen. So, Leute, ich bin immer im Stress. Wie ihr seht, bin ich in der Leitigabteilung. Kommt mit. Was, so gute Quote? Boah, neuer Rekord. Es muss fit werden für das ganze Team. So, jetzt sind wir im Studio von Tele Zürich. Das ist ein Fernsehstudio mit einem Greenscreen. Da drin werden die jensten möglichen Sachen gedreht. Von, I don't know, Wetterbrechen zu Sportnews. Inspirierender Raum, oder? Und bitte vergessen nicht meine herzlichen Finkel, die man hier anziehen muss. Das war es für heute. Ich habe euch so viele wie möglich Abteilungen gezeigt. Es gibt noch viel, viel mehr Abteilungen da drin. Aber das hat nicht alles Platz in einem Video. Vielleicht gibt es noch ein paar, zwei. I'm out. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich bekomme jetzt einen Anruf. Du musst dann schauen, wer da drin ist. Ah! So, jetzt sind wir in der Buchhau... Jetzt kann ich kein Deutsch mehr? Buchhaltung. Buchhaltung. So, jetzt... Sorry. Oh, jetzt habe ich gedruckt Reservierung. Übernehmen. Darf ich Werbung machen? Nein. Schade. Ist meine Nase zu Herzen von der Seite? Weil ich habe Sex operiert. Ist mein One-Night-Stat von gestern? Allerher, wieder examiniert. Ich schade auch zusammen. Taus tyre.